so hallo und herzlich willkommen zu hoffentlich einem funktionierenden stream an diesem heutigen morgen ich begrüße sie alle ganz ganz herzlich ich hoffe sie können mich hören sagen jetzt gerade ist leise das ist etwas was wir vielleicht sogar fixen können so vielleicht können sie mich jetzt noch ein bisschen besser hören schreiben sie mir mal in den chat rein wenn irgendwann die verbindung wieder abricht ich hoffe mal das lag jetzt nur an diesem intro video und an den einstellungen aber solange es geht können wir heute wieder ein bisschen gemeinsam miteinander programmieren also noch mal herzlich willkommen hallo zu diesem stream hier im vhb kurs mobile apps für android wir haben jetzt eine etwas längere pause gehabt was die streams angeht und machen heute direkt weiter mit wieder ein wenig programmieren und wie immer können sie natürlich gerne auch kurz hallo sagen schreiben sie was in den chat rein dann weiß ich dass sie da sind ein paar von ihnen haben wir jetzt schon ein wenig geholfen mit feedback was die stream qualität angeht aber wenn sie möchten sagen sie kurz hallo und dann starten wir auch gleich was haben wir heute vor wir werden heute so indirekt uns noch mal ein bisschen dieses fragments thema anschauen und ich würde ihnen gerne eine sehr einfache möglichkeit zeigen wie sie mit fragments navigation innerhalb ihrer anwendung realisieren können fragment sind ja so kleine unter activities oder kleine isolierte bestandteile des user interfaces und die eignen sich sehr gut um dieses prinzip dass man sich in einer app durch mehrere bildschirme bewegt mit bestimmten hilfsmitteln des android frameworks umzusetzen also sie werden sehen wenn sie irgendwie eine app haben die drei vier screens haben sie würden gerne auf eine bestimmte art und weise die nutzer nutzerin dadurch navigieren lassen das sind dinge die mit fragments und mit dem sogenannten navigation graph von android sehr sehr einfach zu realisieren sind an der stelle auch noch mal der hinweis oder jetzt der hinweis wir sind jetzt an der stelle im kurs wo sich das was sie in den lerninhalten lesen und sich anschauen und das was wir in den übungen und in den streams machen so ein bisschen auseinander bewegt das liegt daran dass jetzt mindestens zwei wenn ich sogar drei wochen folgen an denen es eher um so ein bisschen theoretischen überbau geht um vielleicht sowas wie monetarisierung von apps sicherheitsfeatures den app markt an sich und da können wir relativ schlecht hier im stream oder in der übung arbeiten also könnte nicht irgendwie eine app releasen oder uns irgendwie gedanken darüber machen wie wir entwickler und entwicklerinnen bezahlen im stream hier machen wir weiter mit praktischer arbeit das heißt wundern sie sich nicht wenn jetzt die übungsaufgaben vielleicht nicht mehr immer direkt was mit den themen zu tun haben wir bereiten sie jetzt so langsam auf die projekte vor das heißt wir wiederholen ein paar dinge wir geben ihnen noch mal die möglichkeit auch komplexere anwendungen auszuprobieren und wir werden vielleicht an der einen oder anderen stelle auch noch mal sie auf bestimmte neue features hinweisen die ihnen vielleicht bei den android projekten dann nach der klausur helfen könnten dazu gehört zum beispiel sowas wie das was wir heute machen dieses navigation graph oder dieses ganz einfache prinzip von seiner bottom navigation mit fragments dann werden wir uns vielleicht noch mal ein bisschen mit audio streaming auseinandersetzen wir werden vielleicht noch mal ein bisschen über sowas wie custom user interface sprechen und das greift dann alles ein bisschen dinge auf die wir schon mal gemacht haben führt ein paar neue dinge ein und soll jetzt in den nächsten wochen sie auf die abschlussprojekte vorbereiten heute wie gesagt stehen er fragment stehen nicht im vordergrund weil sie werden sehen wir werden uns ganz ganz wenig mit fragments beschäftigen obwohl die die container für unsere anwendung sind weil es in android ganz schöne möglichkeiten gibt viel von diesem handling von fragments gerade wenn die eingesetzt werden um so unterschiedliche screens der anwendung darzustellen einfach dem framework zu überlassen ich möchte das machen mit ihnen an einem beispiel dass einige von ihnen tatsächlich schon kennen ich schalte mal um auf meinen bildschirm ich hoffe jetzt immer wenn ich ihnen irgendwas anderes zeige als mein gesicht dass das auch weiter funktioniert und wir nicht wieder irgendwelche encoding probleme bekommen hoffen wir mal dass das funktioniert wie gesagt sagen sie immer sofort bescheid wenn es an ihrer seite irgendwelche qualitätsprobleme gibt okay ich würde gerne mit ihnen diese anwendung versuchen nachzubauen die einige von ihnen in dieser freiwilligen studienleistung auch schon in angriff genommen haben nämlich eine kleine android app die es mir erlaubt oder die es unseren nutzern und nutzerinnen erlaubt einheiten einzugeben werte einzugeben also zum beispiel sowas wie eine längenangabe eine geschwindigkeit eine temperatur und diese dann automatisch in andere kompatible maßeinheiten umrechnen zu lassen kurze frage an den chat sind hier leute dabei die das auch in der studienleistung in der freiwilligen studienleistung das war eher so eine programmiert challenge bearbeitet haben schreiben sie mal kurz in den chat rein wenn hier leute da sind die sich auch schon damit beschäftigt haben mit diesem einheiten converter also da sind auf jeden fall zumindest seine person da wir haben glaube ich mittlerweile auch alle reviews abgeschlossen das heißt falls noch nicht passiert sollten sie irgendwie heute oder so dann auch noch mal eine e mail bekommen wenn ich keine e mail eine nachricht im discord bekommen wo wir ihnen dann unser feedback zu ihrer lösung noch mitteilen für diejenigen die es jetzt noch nicht gemacht haben was war die aufgabe nutzer nutzerinnen können diese app kategorien von maßeinheiten auswählen ich habe ein paar schon erwähnt sowas wie längenangaben geschwindigkeit und temperaturen das hätte man sich relativ frei ausdenken können es sollten aber mindestens drei unterschiedliche kategorien sein dann gebe ich wenn ich eine kategorie eingegeben habe eine ausgangseinheit ein und einen entsprechenden wert also zum beispiel sowas wie einen meter und die app rechnet dann diesen eingegebenen wert in alle bekannten kompatiblen werte um das heißt wenn ich einen meter eingebe wird mir vielleicht angezeigt dass das in zentimetern 100 sind oder in kilometern 0,001 also das prinzip ist glaube ich relativ einfach nachzuvollziehen und wir werden es heute uns noch mal ein bisschen genauer anschauen und uns da überlegen wie wir das schön im user interface und dann auch ein bisschen was die programm logik angeht umsetzen können ich hatte denjenigen die damit gearbeitet haben so ein kleines beispiel in form von der user interface skizze gegeben wie das ganze ausschauen sollte man sollte irgendwie die möglichkeit haben diese kategorien auszuwählen zum beispiel über so einen hauptmenü dann auf den einzelnen screens die dann da ausgewählt werden gibt es ein eingabefeld und eine möglichkeit die eingabe größe zu bestimmen über so einen spinner zum beispiel und dann werden die ergebnisse angezeigt also das ist so die die interaktion der nutzer nutzerin mit dem user interface was ich jetzt heute mit ihnen machen möchte ist ich möchte eine kleine variante davon implementieren und zwar würde ich gerne die auswahl dieser kategorien weil zumindest in der variante die ich jetzt implementiert habe sind das so die hauptebenen der anwendung über fragments realisieren also jede kategorie ist ein fragment für gewicht für längenangaben und für zeitangaben und ich möchte innerhalb meiner app über so eine bottom navigation zwischen diesen kategorien hin und her schalten können also die strukturelle idee von unserer app ist wir haben in unserer haupt activity unten so eine bottom navigation also eine bar aus drei icons die repräsentieren die verschiedenen kategorien die in unserer app zur verfügung stehen um werte umzurechnen zusätzlich verfügt die activity über ja ein fragment holder oder ein fragment immer in dem immer das aktuelle oder die aktuell ausgewählte kategorie angezeigt wird und wenn die nutzer nutzerin mit dieser bottom navigation interagieren wird das jeweilig passende fragment in diesem bereich angezeigt also main activity besteht eigentlich nur aus dieser navigation und einen platz für ein beliebiges fragment und das fragment wird immer ausgetauscht je nachdem was der nutzer die nutzerin gerade für einheiten umrechnen möchte jetzt kennen sie schon eine möglichkeit wie sie das implementieren können also weiß jetzt nicht ob sie sich mit dieser bottom navigation schon mal beschäftigt haben aber können uns das ja auch vielleicht einfach als nur drei buttons oder sowas vorstellen dann wüssten sie jetzt schon aus dem was sie in der letzten woche gemacht haben wie man das so ungefähr realisieren könnte mit diesen fragments man implementiert diese drei fragments man versucht irgendwie mitzubekommen wie die nutzer oder was die nutzer gerade angezeigt bekommen haben möchten das heißt man muss wahrscheinlich irgendwie auf diese auswahl in der bottom navigation achten und dann fügt man je nachdem welches welche kategorie jetzt angezeigt wird über so eine transaction das neue oder schon existierende frame fragment in diese main activity ein also so fragment transactions ich erstelle das fragment wenn ich es noch nicht erstellt habe dann hole ich mir den container in dem es angezeigt werden soll und über so eine transaktion wird dann das neue fragment angezeigt das ist vielleicht wenn sie das jetzt können ja mal in den chat reinschreiben auf so einer skala von 1 bis 5 1 super leicht 5 super kompliziert wie haben sie bisher zu diesen ja diese diese fahre diese arbeit mit fragments empfunden gerade auch was diese transactions angang angeht waren sie das kompliziert fanden sie das extrem einfach so einfach wäre 1 kompliziert wäre 5 ich kann ihnen jetzt schon mal versprechen für diejenigen von ihnen die das vielleicht ein bisschen komplizierter fanden für ganz viele anwendungsfälle in denen wir diese fragments wirklich als die bereiche oder indem wir fragments als so hauptbereiche unserer anwendung repräsentieren oder verwenden möchten gibt es ein paar interessante dinge mit denen wir vieles von diesem ein und ausschalten von fragments von diesem anzeigen und dann wieder ersetzen nicht selber machen müssen was wir machen werden heute ist wir werden dieses ganze handling der navigation versuchen an android zu übergeben wir werden drei fragments anlegen werden sie werden sehen dass diese fragments vor allem dem zweck dienen dass wir fragments haben sag schon mal jetzt wenn ich hier dinge heute mache auf die ich einige von ihnen in den lösungen zu dieser challenge dann auch im review irgendwie kritisch hingewiesen habe dann ist mir das schon bewusst dass ich jetzt vielleicht dinge mache die ich ihnen anders empfohlen habe aber ich wollte diese gelegenheit nutzen um auch nochmal fragments zu zeigen und deshalb nutzen wir jetzt einfach fragments auch wenn das vielleicht nicht die beste idee ist oder die art und weise wie wir fragments benutzen vielleicht nicht die beste idee ist aber wir machen das einfach mal wir haben drei fragments wir werden das so implementieren dass es so einen base fragment gibt von dem die erben und dann spezialisieren wir da jeweils das verhalten für das umrechnen von länge gewicht und zeit zumindest so indirekt und ich würde gerne dass die interaktion mit dieser bottom navigation dafür sorgt dass diese fragments immer das immer das richtige fragment angezeigt wird und das verlagere ich sie werden gleich sehen komplett in die verantwortung des android frameworks wir werden vorgaben machen in form von menüs und so genannten navigation graphs also wir skizzieren größtenteils in xml dateien wie wir uns so vorstellen wie innerhalb unserer anwendung interagiert werden soll und dann müssen wir in der haupt activity eigentlich nur noch diesen navigations vorgang oder diesen navigation graph initialisieren werden sehen dass sie sich mit dieser herangehensweise und wenn sie auf diese art und weise fragments benutzen möchten dann eigentlich überhaupt nicht mehr um diese transactions oder sowas kümmern müssen sie definieren ihre fragments sie legen einmal fest welche dieser fragments teil von dieser navigation sein sollen und dann gibt es eine stelle in der haupt activity in der wir ein bisschen code schreiben müssen das sind ein bisschen ausführlich machen irgendwie so fünf sechs zeilen und dann steht dieses komplette navigation prinzip mit fragments in unserer anwendung fest und dann können wir uns wieder darauf konzentrieren innerhalb der fragments die eigentliche programm logik zu implementieren also das vielleicht so als vorschau wir machen heute was aber wir gehen ein bisschen anders an diese sache ran und versuchen möglichst einfache art und weise zu finden um jetzt in diesem ganz konkreten fall so was wie eine haupt navigation innerhalb unserer anwendung mit dieser navigation bar und fragments umzusetzen und dazu würde ich vorschlagen dass wir gleich in den Quellcode schauen ich würde vielleicht noch mal zur sicherheit das starter paket posten falls sie da mal einschauen wollen oder falls jetzt mitmachen möchten da finden sie alles was notwendig ist und während sie das vielleicht runterladen kann ich ihnen ja auch noch mal die fertige app zeigen bevor wir dann unsere eigene implementierung bauen also sehen hier die in anführungsstrichen fertige app ich habe jetzt nicht so viel wert auf das user interface gelegt das können wir dann ja vielleicht sogar mal in der zweiten sitzung oder so ein bisschen aufhübschen oder sie können da weiter arbeiten aber ich zeige ihnen mal ganz kurz das grundsätzliche prinzip sie haben hier unten diese drei elemente in der navigation war und wenn ich jetzt da hin und her wechsle dann kümmert sich mein android framework darum dass dieser teil hier ersetzt wird durch das jeweils passende fragment und in dem jeweiligen passenden fragment habe ich zum größten teil in so einem gemeinsamen base fragment dafür gesorgt dass hier diese umrechnung funktioniert sehen das ist noch nicht so hübsch das ist noch nicht formatiert aber das prinzip ist ich sage zum beispiel ich habe irgendwie ein zentimeter und da wird mir angezeigt was dieser wert irgendwie in entsprechend anderen größen so bedeutet also das ist die idee das ist die zielvorstellung und jetzt hoffe ich mal dass alle von ihnen die mitmachen möchten auch den der starter paket runtergeladen haben geben sie mir mal bescheid im chat ob sie soweit sind dass wir loslegen können also schreiben sie einfach mal in den chat rein wenn sie wenn sie bereit sind sonst starte ich jetzt einfach mal lassen sie uns ganz kurz rein schauen in den code was ich so mitgebracht habe ich habe die main activity schon vorbereitet aber da steht nichts drin außer eine on create methode ich habe für die main activity und auch für die fragments und für diese kleinen karten hier an der seite in der die ergebnisse angezeigt werden schon wieder die layout vorbereitet damit wir uns darum nicht kümmern müssen das ist aber auch nicht so spektakulär also in der haupt navigation in der haupt activity sehen sie einmal unten so ein element das ist diese bottom navigation starte auch ganz kurz mal den aktuellen code das hier ist noch die fertige version und so schaut es aus wenn sie das starter paket starten so würden wir haben hier unten diese bottom navigation da erscheint dann später diese liste der drei icons im moment ist es noch leer weil wir android noch nicht gesagt haben was es dafür für icons anzeigen soll und wir haben hier diesen dieses fragment in dem dann der jeweilige inhalt angezeigt wird das ist in einem constraint layout alle schon so angeordnet dass es unter beziehungsweise übereinander angeordnet ist kleiner hinweis android studio sagt ihnen hier an dieser stelle dass sie diesen fragment tag ersetzen sollen mit so einem fragment container view das ist wenn sie normalerweise mit fragments arbeiten auch eine sehr gute idee in der kombination mit dieser bottom navigation gibt es da aber noch ein paar probleme die dazu führen dass das nicht so richtig funktioniert also diese eine empfehlung hier von android studio dieses element zu ersetzen das ignorieren wir jetzt einfach erstmal aber unsere haupt activity besteht im wesentlichen aus einem fragment beziehungsweise einem äh holder für ein bestimmtes fragment und dieser bottom navigation die wir jetzt noch ein bisschen vorbereiten müssen dann habe ich vorbereitet ein layout für die einzelnen fragments die sind immer sehr gleich aufgebaut das heißt da können wir relativ viel an einer stelle in initialisieren beziehungsweise definieren und das habe ich bei dem layout auch so gemacht das ist einfach nur ich schau mal ob ich das hier ein bisschen größer ziehen kann sieht man kaum also ein text view für die eingabe oder ein edit text für die eingabe der werte ein spinner für die auswahl der jeweiligen einheiten und ein recycler view in dem ich dann immer die ergebnisse anzeige die ich da berechnet habe und den edit text und den spinner den habe ich ein bisschen gelayoutet damit es dann am ende so ausschaut wie in der fertigen fassung letzte layout was wir vorbereitet haben ähm ist so ein ganz einfacher card view der zwei text views beinhaltet einmal für den wert und für die einheit und beide werden dann in diesem card view angezeigt ich sehe gerade ich habe glaube ich hier irgendwo noch einen Fehler ähm right to right of parent solange uns das nicht stört lassen wir das mal so aber ich glaube hier ist ein constrain nicht richtig gesetzt wenn ich hier diese Grafik richtig deute also wir haben die Layouts alle vorbereitet sonst haben wir eigentlich nichts vorbereitet außer dass ich in der gradle datei äh können wir mal ganz kurz äh im blick rein werfen schon die ganzen abhängigkeiten ähm eingetragen habe die wir so brauchen um das was wir jetzt heute umsetzen zu möchten auch äh zu verwenden also da finden sie natürlich äh wieder unseren card view ähm das material design für die user interface elemente die wir verwenden sie sehen hier ähm so navigation fragments so navigation ui als dependencies das sind äh die libraries oder die teile von dem android x paket die wir brauchen um äh jetzt diesen navigation graph umzusetzen und äh eine ganz wichtige sache wenn sie sowas auch machen möchten und von scratch starten ich werde später das nochmal erwähnen aber das ist hier auch eine ganz wichtige Einstellung in der gradle datei wir werden nämlich später ähm eine eine möglichkeit brauchen äh auf alle user interface elemente ähm programmatisch zuzugreifen die ähm in dem layout einer activity gerade angezeigt werden und zwar auf eine art und weise ähm mit der wir äh nicht mehr die manuell über diese find view by id methode ähm identifizieren können das heißt wir brauchen so ein binding äh mit dem wir äh jedes user interface element als eigenschaft eines anderen objektes auslesen können und äh dieses äh zwischen den user interface elementen und solchen objekten dieses automatische binding ohne die find view by id methode die manuell aufgerufen wird das erreicht man mit ähm so einem zusätzlichen feature das man in der gradle datei aktivieren muss also das da kommen wir später nochmal zurück aber ähm falls jetzt irgendwie from scratch oder sowas äh das mitmachen möchten das ist ein ganz wichtiger teil für ähm einen der aspekte die wir uns heute anschauen werden okay ähm das war's eigentlich auch schon mit den vorgaben ich hab natürlich ein paar strings und sowas vorgegeben aber die interessieren uns jetzt nicht was wir jetzt als erstes machen ist wir erstellen uns ähm die fragments die wir brauchen und zwar erstmal in einer ganz ähm einfachen Fassung die sollen noch nichts großartig machen ähm ich brauche einfach nur diese Klassen ähm damit ich ähm schon mal was habe was ich anzeigen kann ähm um dann im nächsten Schritt diese komplette Navigation umzusetzen und wenn wir das haben wenn wir drei Fragments haben die wir über diese Navigation hin und her schalten können an und äh also auswählen können was angezeigt werden soll dann äh kümmern wir uns um den eigentlichen Inhalt der Anwendung also so zweigeteilt heute ähm erstmal wie wie schaffe ich es eigentlich dass ähm diese Navigation mit den Fragments funktioniert und wenn ich das habe wenn ich also so den groben Weg durch meine Anwendung abgebildet habe dann äh schaue ich mir an was dann an den einzelnen Etappen eigentlich passieren soll ich habe jetzt gerade schon äh gesagt ähm diese Fragments die sind sehr sehr gleich aufgebaut die werden sich das gleiche Layout teilen ähm die werden im Prinzip auch fast das gleiche machen ähm das wird sogar so weit gehen dass es fast fragwürdig ist ähm warum man da äh mehrere äh Fragments benutzt wenn es Activities wären würde ich es komplett irgendwie äh verwerfen die Idee bei Fragments kann man es vielleicht noch ähm so ein bisschen irgendwie argumentieren aber äh ich sag das nochmal das ist jetzt nicht die beste Architektur das beste Design was ich mir vorstellen kann für diese Lösung aber ähm man kann das glaube ich ganz gut adaptieren für andere Anwendungsfälle in denen es dann wieder mehr Sinn macht ich fange jetzt mal damit an dass ich mir ähm für alle diese Fragments eine Vorlage erstelle ähm wie die aufgebaut sein sollen sie erinnern sich Fragments sind nichts anderes als Java Klassen ähm alles was wir hier irgendwie benutzen auch eine Activity ist im Grunde genommen immer am Ende eine Java Klasse die vielleicht ein bisschen anders ausschaut oder die wir vielleicht auf eine ganz oder auf eine andere Art und Weise behandeln ähm aber am Ende sind das irgendwelche Java Klassen und wenn ich jetzt drei Fragments habe ähm die alle sehr sehr ähnlich aufgebaut sind und ich weiß dass Fragments eigentlich ähm ohnehin Java Klassen sind die erben ja alle von Fragments ähm was kann ich dann machen um diese Gemeinsamkeiten abzubilden also ich habe drei Fragments ähm ich brauche am Ende drei Klassen das weiß ich schon mal aber die werden sich extrem viel an Funktionalität teilen was ist da irgendwie der der Modus Operandi ähm die ähm die Best Practice vielleicht jetzt nicht in dem Fall die Best Practice aber äh eine eine OOP Practice ähm um diese Gemeinsamkeiten die sich diese drei Fragments teilen werden ähm zu äh zu teilen irgendwie Überklasse Superklasse vielleicht sogar eine abstrakte Oberklasse das sind alles Dinge die man machen kann genau das tun wir jetzt auch wir ähm implementieren so einen Base Fragment ähm von dem wir die anderen Fragments dann ableiten werden ähm und äh das mache ich in meinem Package ähm in dem ich oder mache ich in meinem Code in dem ich ein neues Package erstelle äh UI da kommt jetzt alles rein was mit dem User Interface zu tun hat und da kommt zu allererst eine neue Java Klasse rein und die heißt einfach Base Fragment ähm und diese Klasse die erbt von Fragment also auch wenn das jetzt selber eine Superklasse ist für unsere ähm Fragments innerhalb unserer Anwendung bleibt ja trotzdem die Notwendigkeit bestehen dass das alles irgendwie äh Fragments aus dieser Android Perspektive sind deshalb müssen wir irgendwo diese Vererbung von der Fragment Klasse auch mit reinbringen und das machen wir hier an dieser Stelle ähm jetzt können wir mal schauen ähm ob das funktioniert ähm ja sollte keine Probleme geben ähm wir können also wirklich ähm hier diesen Abstract Modifikator auch nochmal einfügen und das machen wir deshalb ähm jetzt kam ja auch der Vorschlag im Chat ich nehme an dass das auch die äh Idee dahinter war ähm wir erstellen jetzt eine Vorlage für äh diese drei ähm Screens unserer Anwendung mit all dem was die sich so teilen und diese drei Screens werden auch die Fragments sein die instanziert werden dieses Base Fragment was dann so eine unspezialisierte Vorlage darstellt ähm die wird niemals ähm als äh eigentliches Fragment instanziert werden und die soll vielleicht auch gar nicht als ähm Fragment instanziert werden an sich also ein Base Fragment wird es niemals als Instanz geben und deshalb äh dieses Abstract als der Hinweis das ist eine Klasse das ist eine Vorlage aber die ist nicht dafür gedacht äh tatsächlich instanziert zu werden nur die Subklassen die davon abgeleitet werden werden später mal zu Objekten ähm wir müssen hier extrem wenig machen ähm es reicht eigentlich wenn wir äh einfach erstmal nur sicherstellen dass dieses Fragment und die davon schon abgeleiteten Fragments ähm ähm das richtige Layout verwenden ja also ich ähm ähm brauche irgendwo eine Stelle wo ich diesem Fragment sage ähm welches Layout es verwenden soll und Fragments funktionieren so dass die ähm als oberste ähm ja als oberste äh Einheit von ähm von ähm von ihrem User Interface immer ein View haben das kann natürlich auch eine View Group sein die dann äh ein bisschen komplexer ist aber es gibt immer ein View und das ist diese Wurzel äh im User Interface für dieses Fragment es gibt eine Methode die jedes Fragment hat die heißt onCreateView und wenn ich die hier in meinem Code eingebe dann muss ich an dieser Stelle ein paar Dinge entfernen das ist irgendwie eine Einstellung von meinem Android Studio die muss ich nochmal genauer nachschauen dass da irgendwie diese komischen falschen Annotationen ergänzt werden und ich glaube habe ich das jetzt richtig gemacht so müsste es ausschauen also wenn das bei ihnen auch so ist dass da plötzlich irgendwelche JetBrains Annotationen drin sind löschen sie die einfach aus diese Methode hier diese onCreateView Methode wird aufgerufen wenn ähm dieses Fragment das erste Mal erstellt wird und äh die erwartet von uns dass wir ähm in dieser Methode definieren welches View dieses Fragment anzeigen soll das ist so ein bisschen wie ähm bei den Adaptern die wir auch schon verwendet haben oder den View Holdern irgendetwas wird erstellt irgendein Element wird erstellt und Android erwartet von uns ähm dass wir jetzt selber definieren ähm was soll denn hier angezeigt werden welcher View äh soll jetzt in diesem Fragment äh dargestellt werden damit wir dann in dem Fragment selber so wie wir das auch in der Activity ja immer machen auf bestimmte User Interface Elemente ähm ähm ViewGroup braucht kein Nullable ähm doch habe ich glaube den aus Versehen rausgelöscht danke für den Hinweis ähm was heißt braucht also ich glaube dass es auch ohne funktionieren würde ähm aber in dem automatisch generierten Code äh von von der Android Vorlage ist das hier drin also was entfernt werden müsste wären diese JetBrains Annotationen die ich jetzt rausgenommen habe aber danke für den Hinweis so sollte das korrekterweise bei Ihnen ausschauen was wir jetzt an der Stelle machen ist wir ähm erzeugen einen View klar also unser Fragment soll irgendwas anzeigen und wir erstellen diesen View auf der Basis der Vorlage die ich hier vorbereitet habe ich habe extra eine Layout Datei vorbereitet ähm so soll unser Fragment ausschauen da soll ein Constraint Layout sein ähm da sollen die beiden ähm ähm Elemente für die Eingabe der Werte sein EditText und Spinner und es soll also ein Recycler View darunter angezeigt werden um die Ergebnisse zu präsentieren und wenn ich möchte dass mein Fragment ähm genau so ein View anzeigt dann muss ich hier in dieser Methode einen solchen View erstellen und den zurückgeben also im Moment ähm passiert da irgendwas was äh die Standard Implementierung dieses Fragments vorsieht ähm dass da irgendwo äh eine ein bestimmtes Verhalten für das Anzeigen vom View vorgegeben ist ähm wir überschreiben jetzt dieses Verhalten und wir sorgen dafür dass wir ähm selber äh selber jetzt äh bestimmen welches dieser oder was für ein was für ein User Interface dieses Fragment tatsächlich haben soll und wie schon gesagt ähm wir haben so ein Layout vorbereitet und äh Sie sehen hier auch schon so ein bisschen andeutungshaft äh diese Methode gibt uns auch schon einen in Layout Inflator mit äh den kennen Sie äh das ist die Komponente die ganz umgangssprachlich gesagt aus einer XML Datei ein View Objekt macht und genau das verwenden wir jetzt auch wir nehmen uns diesen Inflator wir ähm schauen uns die XML Datei an die wir vorbereitet haben wir erstellen daraus ein View Objekt und das geben wir zurück und dann damit sagen wir diesem ähm Base Fragment und den davon abgeleiteten Unterklassen dass die genau diese äh Struktur als User Interface ändern sollen ähm ich mach das jetzt mal ähm in der lokalen Variable Sie werden gleich sehen dass man im Moment gar nicht braucht wahrscheinlich aber wir werden später noch ein bisschen was mit diesem View machen müssen und ähm deshalb äh bereitet jetzt hier die die Code Struktur schon so ein bisschen in diese Richtung vor aber eigentlich müssen wir hier nur dieses View erzeugen ich nehme den Inflator äh der hat eine Methode die heißt inflate äh passenderweise äh da muss ich sagen welches Layout ich denn verwenden möchte welches Layout ich jetzt inflaten möchte zu seiner richtigen JavaScript Interpretation eher Repräsentation und das ist ähm das ähm das ähm Moment wir machen es uns ein bisschen einfacher wir importieren direkt äh die R Klasse sodass wir hier auch vernünftig mit dem Auto Komplischen arbeiten können und uns das nicht alles selber ähm zusammen reiben müssen wie die Datei jetzt heißt die heißt Fragment Converter Fragment Converter also das Fragment für den Converter wir übergeben als Parent ähm den ähm Container in dem das Ganze äh äh drin sein soll und wir sagen erstmal dass das noch nirgendwo hinzugefügt werden soll äh attach to root ist gleich false weil das äh äh macht dann später das Android Framework für uns und damit ähm können wir anstatt das zurückzugeben was die äh ursprüngliche Implementierung dieser Methode äh zurückgeben würde einfach unser spezifisches Fragment View aus dieser Methode rausgeben ähm jetzt wird hier noch ein kleiner Hinweis angegeben ähm lokale Variable ist redundant wir könnten auch einfach das hier nehmen und direkt zurückgeben aber ich lasse das jetzt schon mal so weil ähm ich mache mir hier gleich mal so einen kleinen Hinweis äh to do ähm ähm initialize 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 UI Components Events und so weiter nur so ein kleiner Hinweis da kommt bestimmt noch ein bisschen was was wir tun müssen äh 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 so äh da kommt bestimmt noch ein bisschen was was wir machen müssen aber ähm ähm im Grunde genommen ist das unsere äh ist das unsere erste ist das der erste Teil von unserem Base Fragment wir haben jetzt ein Fragment erstellt das wenn wir das initialisieren würden oder initialisieren würden lassen das ist ja das was wir heute machen möchten äh äh dann würde das diese Layout Datei benutzen und auf der Basis von diesem Fragment ähm erstelle ich mir jetzt die äh verschiedenen anderen ähm Fragments die ich so brauche ähm ich erstelle dazu in der UI ähm in dem UI Package eine neue Klasse Blick und ähm lege da jetzt drei Fragments an die alle äh von diesem Base Fragment erben und jetzt kommen wir das erste Mal an eine Stelle ähm wo wir merken dass wir vielleicht irgendwie ähm das Pferd falschrum aufgezäumt haben sagt man das so dass wir so ein bisschen aus einer falschen Perspektive ähm jetzt an diese Anwendung rangehen ich geh jetzt im Moment sehr sehr technisch an diese Implementierung heran ich möchte ihnen jetzt unbedingt zeigen wie Fragments funktionieren und wie diese Bottom Navigation funktioniert weil das ist das was ich heute irgendwie unterbringen möchte als Inhalte ähm das führt dazu dass ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht habe wie ich eigentlich über die Inhalte in meiner Anwendung nachdenke ich weiß dass es irgendwie um Einheiten geht ähm und ich habe jetzt so grob im Kopf dass ich irgendwie Zeiten Gewichte ähm und irgendwie Längen oder sowas umrechnen möchte das sind so die Hauptkategorien aber ich habe das noch nirgendwo irgendwie festgehalten ich habe noch nirgendwo in meiner App definiert dass es genau diese Kategorien gibt ich habe auch noch nirgendwo definiert ähm dass es vielleicht bestimmte Einheiten gibt die diesen Kategorien zugeordnet sind die vielleicht bestimmte Umrechnungs ähm Algorithmen und so weiter haben ähm und deshalb komme ich jetzt an eine Stelle wo ich eigentlich ähm beim Erstellen von bestimmten äh Strukturen in meinem Code dieses Wissen benötigen würde warum würde ich dieses Wissen benötigen weil ich habe jetzt drei Fragments ähm und die symbolisieren alle oder die die stehen alle für einen bestimmten für eine bestimmte Kategorie einer Einheit die umgerechnet werden sollen und die würde ich natürlich gerne so benennen aber ich weiß jetzt ja noch gar nicht wie meine Kategorien heißen ähm das heißt jetzt müssen wir uns quasi Namen für Komponenten unserer Anwendung überlegen die mit Daten arbeiten die wir noch gar nicht kennen das ist jetzt in unserem Fall nicht so das riesig große Problem weil wir glaube ich relativ gut benennen können um was es geht aber ähm wenn sie vielleicht in der Domäne arbeiten die ein bisschen weniger nachvollziehbar ist also jetzt geht es hier um Einheiten und irgendwie äh Länge Gewicht und Zeit kann ich vielleicht ganz gut in Begriffe äh packen die ich dann als Teile von den Fragments Namen benutze aber wenn es um vielleicht andere Dinge geht äh die nicht so greifbar sind oder nicht so eindeutig benennbar sind ähm dann würden sie mit dieser Herangehensweise bestimmt Probleme bekommen also dann wäre es auf jeden Fall besser wenn man sich erstmal überlegt was ist denn so der logische Kern meiner Anwendung ähm mit was für Dingen arbeite ich eigentlich ähm wie heißen die wie spreche ich über diese Dinge und dann ausgehend davon auch das restliche Software Design Plan weil dann kann man nämlich ganz schön einfach die Dinge die man im Kern der Anwendung hat ähm weiß nicht ob man da jetzt Business Logik zu sagen möchte aber das was unsere App eigentlich ausmacht sind nicht die Fragments sondern das sind die Einheiten die umgerechnet werden und wenn wir ausgehend von diesen denken würden ähm würden wir es uns sehr leicht machen was dann das Benennen von äh den übergeordneten oder den ähm Komponenten die diese Einheiten verwenden äh tatsächlich angeht ähm ist das halbwegs nachvollziehbar was für ein Problem ich gerade versucht habe zu schildern schreiben sie mal in den Chat rein also vielleicht philosophiere ich hier auch manchmal zu lange und ähm das ist eh nicht so unwichtig für sie aber schreiben sie mal ganz kurz ob das das Problem was ich jetzt gerade versucht habe irgendwie zu schildern ob sie es glaube ich so ein bisschen verstanden haben es ist immer leichter wenn sie wissen was sie programmieren ähm und um was es geht weil sie dann alles was sonst noch so in der App passiert ähm einfach besser benennen können und ich brauche jetzt hier ganz konkret ich brauche jetzt drei Namen für äh meine Fragments ähm und wenn ich schon wissen würde dass ich vielleicht äh die Kategorien Länge äh Gewicht und Zeit habe ähm dann könnte ich ganz leicht Namen finden und ich hab weiß das ja auch und deshalb ist das jetzt hier an dieser Stelle vielleicht eher nur ein Beispiel aber nicht wirklich ein Problem und ich erstelle zum Beispiel ähm ähm mein erstes Fragment als äh unter dem Namen Längs Fragment also es geht um Distanzen oder Längen ähm und das äh erbt direkt mal von äh Base Fragment und das gleiche mache ich jetzt noch zweimal mit anderen äh Fragments ich erstelle wieder eine neue Java Klasse ähm und dann ähm benenne ich die eine in äh Time Fragment also es geht um Zeiten und die dritte ähm ähm da ähm geht es jetzt irgendwie um Gewicht ähm könnte man jetzt irgendwie Weight Fragment nennen aber das ist nicht so toll äh was ich jetzt benutzen würde wäre tatsächlich Mass oder Mass Fragment ähm warum ähm ich werde später versuchen bezüglich dieser Einheiten äh Begriffe und Konzepte zu ähm benutzen die ähm so im Kontext von diesen SI Einheiten ähm alle definiert sind erinnern Sie sich noch ähm Physikunterricht, Schule, SI, sagt Ihnen das was? SI Einheiten schreiben Sie mal rein, das ist auch immer ganz wichtig wenn man so gemeinsam Software entwickelt ähm ähm dass man so eine gemeinsame Vorstellung von den Konzepten hat die man äh umsetzen möchte dass man so eine gemeinsame äh Metapher eine gemeinsame Sprache hat und jetzt wenn wir so eine Einheiten Converter App schreiben wollen dann ähm ist das vielleicht auch wichtig SI Einheiten ähm das sind äh die Maßeinheiten die international immer dann verwendet werden wenn es irgendwie wichtig ist dass man genau die richtigen Werte verwendet äh und das sind einfach Standards also wenn wir äh international über äh zum Beispiel Distanzen sprechen möchten und irgendwie zwei Ingenieure äh aus Deutschland und aus äh Frankreich irgendwie gemeinsam oder Ingenieurinnen äh irgendwie gemeinsam was äh bauen wollen ähm dann verwenden die für Längenangaben den Meter weil der Meter ist die SI Einheit oder die Standard die Base Einheit sogar für Längen es gibt noch andere SI Einheiten für für Längen aber der Meter ist da nochmal eine besondere weil das die äh ursprüngliche Form ist das sind einfach Einheiten die eine feste Definition haben und die man äh in diesem Kontext benutzen kann SI steht ähm für ähm für einen französischen Begriff ähm der übersetzt ähm ins Englische ungefähr sowas wie International Standard Units oder so heißt ähm ähm genau französische Übersetzung äh fällt mir grad nicht ein aber das sind halt einfach diese Standard Einheiten und also es gibt in der Realität äh schon Begriffe für das was wir hier in unserer App benutzen und dann können wir unsere ganze Denkweise um diese bekannten Metapher ähm 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 umbauen und wenn es jetzt Leute gibt die mit diesem Begriff nichts anfangen können und trotzdem in unserem Team sind und mit uns gemeinsam das entwickeln ähm würden würde es jetzt ausreichen wenn ich sage schaut euch bitte mal den Wikipedia Eintrag dazu ein und dann wissen sie alle irgendwie nach einer halben Stunde ähm was hinter diesem Begriff ähm genau funktioniert ähm so oder hinter dem ähm Begriff dann sich verbirgt und warum sage ich das alles weil äh der Oberbegriff für Gewichte nicht Gewichte in SI ist sondern das ist Masse ähm ich hab Physik irgendwann abgewählt also Unterschied zwischen Gewicht und Masse kann ich Ihnen jetzt nicht erklären das kann vielleicht jemand anders machen aber ähm Masse ist das Wort was wir suchen und auch dieses letzte Fragment ähm das erbt von unserem Base Fragment jetzt haben wir unsere drei Fragments ähm und ich hab ja schon angekündigt dass wir eigentlich ähm so wenig wie möglich selber machen wollen ich möchte eigentlich mich fast gar nicht darum kümmern dass jetzt diese drei Fragments ähm im User Interface angezeigt werden ich werde selber Code schreiben in diesen Fragments was da passieren soll aber dass die Nutzer und Nutzerinnen jetzt einzelne Fragments auswählen können ähm und ähm dann vielleicht irgendwas dort tun können ähm das ähm möchte ich eigentlich nicht selber machen und ähm Gewicht impliziert Gravitation Masse sind die Atome also da sehen sie äh eine wunderbare Erklärung ähm für äh den Unterschied deshalb benutzen wir Masse weil das ist irgendwie der Oberbegriff ähm in den SI Einheiten was wir jetzt machen werden ist ähm wir schreiben keinen Code für diese ähm für diese Navigationsaufgabe also wir definieren nicht ähm dass bei einem Klick auf ein bestimmtes Icon ein bestimmtes Fragment ähm erstellt und angezeigt werden soll sondern wir geben in einer abstrakteren Form vor was oder wohin Nutzer und Nutzerinnen innerhalb unserer Anwendung navigieren können ähm und wie wir uns diesen Navigationsweg vorstellen das wird wieder mit XML Dateien passieren wir definieren ein Menü das ist erstmal so die Struktur dafür was man eigentlich anklicken kann was man auswählen kann das wird die Vorlage sein für diesen äh für diese Bottom Navigation und dann definieren wir einen sogenannten Navgraph oder Navigation Graph in dem wir sagen ähm zu welchen Stellen innerhalb unserer Anwendung gesprungen werden kann ähm das beides äh verknüpfen wir äh mit den entsprechenden Layout Elementen in unserer Anwendung und dann wenn wir quasi so ohne äh Java Code alles definiert haben was wir so haben dann gehen wir noch einmal in die Main Activity und sagen der äh dass sie das Ganze dann auch genau so verwenden sollen aber wir definieren eigentlich alles was jetzt mit dieser Navigation zu tun hat welches Fragment soll aufgerufen werden wenn ähm welches Item angeklickt wird äh äh in äh in äh XML Dateien also außerhalb von Quellcode wir fangen damit an dass wir uns ein Menü erstellen ähm Menüs sind ähm Reihenfolgen von irgendwelchen Items mit Text und Icon die man an verschiedenen Stellen von äh Android benutzen kann ähm also Menüs sind jetzt nicht irgendwie auf die Bottom Navigation bezogen das ist erstmal so ein grundsätzliches Konzept von einer Reihe von Auswahlmöglichkeiten Navigationselementen und die können dann ähm innerhalb von Android durch ganz unterschiedliche User Interface Elemente gerendert werden in unserem Fall ist es diese Bottom Navigation und so ein Menü erstellen sie sich als XML Datei wenn sie ähm auf ähm ähm äh das Kontextmenü äh rechts oder wenn sie das Kontextmenü äh aufrufen in diesem Res Ordner auf New gehen dann Android Resource File auswählen und sie sagen sie hätten gerne ein Menü und äh dem geben sie dann noch irgendwie einen Namen ähm ähm bei uns ist es das Menü was ähm 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 ein Menü und daraus kommt dann vielleicht irgendwie dieser Name, vielleicht wäre es sogar noch schöner zu sagen, Menü, Category, Navigation, lassen wir es mal so und erstellen einfach mal diese XML-Datei und dann sehen Sie, dass da noch nichts drin ist und so ein Menü besteht aus Items, die wir einfügen können, wieder als XML-Elemente und jedes dieser Items hat im einfachsten Fall eine ID, damit wir später darauf zugreifen können oder damit später andere Stellen von unserer App auf dieses einzelne Item zugreifen können, das zum Beispiel referenzieren können in irgendwelchen Methoden als genau dieses Item und das ist wieder, genau wie wir das an anderen Stellen auch schon ganz häufig gehabt haben, einfach so eine ID-Attribut mit diesem plus, add plus ID, sorgen Sie dafür, dass jetzt das, was danach kommt, als neue ID in der entsprechenden Resource-Datei oder in der entsprechenden Resource-Klasse von Android eingetragen wird. Also wir erstellen eine neue ID und der erste Eintrag in unserem Menü soll dazu dienen, auf diesen Bereich der Längen oder der Distanzen zu wechseln. Also wir geben diesem Eintrag eine neue ID. Wir geben dem auch einen Icon, sodass, wenn wir dieses Menü in einem User-Interface-Element repräsentieren, das Grafiken anzeigen kann, unsere Bottom-Navigation ist so ein Element, das erwartet, dass das Menü, was dort gerendert wird, neben einer Textinformation auch ein Icon mitliefert, damit es weiß, welche Grafik es anzeigen kann. Und für diese Anwendungsfälle sagen wir jetzt, welches Icon in diesem Menü an dieser Stelle angezeigt werden soll. Und ich habe dafür auch im Starter-Paket schon so drei Vektorgrafiken aus diesen ClipArts, die mit Android mitgeliefert werden, vorbereitet. Und das, was wir an dieser Stelle benutzen, ist dieses Straighten24. Das müsste irgendwie so eine Art Lineal oder so sein. Also schaut so ein bisschen aus, wie was mit dem man Längen messen kann. Und das Letzte, was wir noch machen, ist, wir geben einen Titel an. Das ist jetzt einfach einen String. Und da habe ich auch schon was vorbereitet. Das ist dieses Label für die Lengths. Und dann wird überall da, wo entweder zusätzlich zu dem Icon oder alternativ zu dem Icon in diesem Menü ein Text angegeben werden soll, dieser Text hier ausgewählt. Und das kopiere ich mir jetzt dreimal, äh zweimal. Einmal für die Zeit und für die Masse. Ändern natürlich auch den Text, der da angezeigt wird. Auch das habe ich vorbereitet in der Ressourcendatei. Also es müsste bei Ihnen auch ohne Probleme funktionieren. Und das Icon für die Navigation, für die Zeit ist, ähm, Baseline Timer. Das ist so eine kleine Uhr. Und dann habe ich lange in den Cliparts gesucht, ob es irgendwie ein Icon gibt, was, ähm, irgendwie Masse oder Gewicht ausdrückt. Und, äh, witzigerweise, ähm, gibt es ein Icon, was wohl Fitnesscenter repräsentieren soll mit irgendwie so einer Handel. Und, äh, das benutzen wir jetzt der Einfachheit halber für den letzten Eintrag. Also das ist unser Menü. Das ist erstmal nur eine abstrakte Reihenfolge von irgendwelchen Elementen, die, äh, irgendwo angezeigt werden können. Und das zweite, was wir machen ist, wir, äh, definieren jetzt einen Navigationspfad, der, ähm, nochmal auf eine abstraktere Art, äh, nicht auf eine weniger abstraktere Art und Weise die, ähm, Punkte repräsentiert, zu denen man innerhalb unserer App, äh, springen kann. Jetzt geht's nämlich schon um die Fragments. Wir, äh, definieren jetzt, dass es in unserer Anwendung drei Fragments gibt, die man alle erreichen kann, ähm, wenn man innerhalb unserer Anwendung navigiert. Und wir, ähm, können in Rahmen dieser Definition, die wir jetzt vornehmen, zum Beispiel auch, äh, solche Dinge tun, wie, ähm, anzugeben, ähm, bei welchem, bei welchem Fragment unsere Anwendung oder diese Navigation, die wir jetzt definieren, starten soll, ähm, von welchem Fragment theoretisch in welches gewechselt werden kann. Also stellen Sie sich das tatsächlich als so einen Graphen vor, ähm, der jetzt in unserem Fall sehr einfach ausschauen wird, der aber auch komplizierter sein könnte. Also dieser Weg durch die App entlang der verschiedenen Fragments ist das, was wir jetzt als nächstes, äh, definieren. Und auch das ist wieder eine XML-Datei. Ähm, das heißt, wir gehen wieder in unseren Res-Ordner, wir erzeugen wieder eine neue, ähm, Ressourcendatei, die, ähm, ist vom Typen Navigation und die nennen wir Category, äh, Navigation. Wir haben einmal ein Menü definiert, jetzt definieren wir eine Navigation. Wir schließen das ab und dann haben wir, ähm, entsprechend hier, äh, unsere vorgefertigte, äh, Navigation. Wir haben ein paar Attribute schon drin, die wir brauchen. Ähm, wir geben jetzt innerhalb dieser, äh, Navigation die Fragments an, die in unserer Anwendung relevant sind. Deshalb haben wir die gerade eben schon, ähm, schon erstellt, diese Klassen, damit wir jetzt, äh, auf die zugreifen können. Sonst könnten wir noch nicht sagen, welche Fragments in diesem Navigation-Graph alles vorkommen sollen. Das sind wieder XML-Dateien, äh, XML-Elemente. Also ein Fragment, ähm, wird hinzugefügt, das kriegt wieder eine ID, ähm, damit wir, ähm, das irgendwie benennen können. Wir ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen ein blöder Begriff jetzt an der Stelle, weil wir eigentlich ja gar nichts mehr am Ende damit zu tun haben wollen. Ähm, aber Android braucht, äh, an dieser Stelle, ähm, eine entsprechende ID für diesen Eintrag in dem Navigation, ähm, Graph. Und das nennen wir, äh, wir fangen mal an mit Lengs, ähm, Navigation, äh, Lengs. Dann sagen wir, ähm, welche Datei, ähm, in Anführungsstrichen besser, welche Fragment-Klasse hier, äh, aufgerufen werden soll. Und wenn ich jetzt hier mal durchschalte, dann sehe ich auch in meiner Autocompletion genau die richtige, äh, Datei an dieser Stelle. Dann, ähm, falls im Zuge in der Navigation irgendwo ein Text benötigt wird, um diesen Abschnitt zu repräsentieren, geben wir an, ähm, was hier verwendet werden soll. Das klingt jetzt super abstrakt, aber ich sag Ihnen einfach, dass, äh, Android sich auch drum kümmern wird, dass dieser Text hier, den wir hier als Label übergeben, ähm, an dieser Stelle hier in der Appbar angezeigt wird automatisch, wenn dieses Fragment gerade angezeigt wird. Also das ist einfach der Text, äh, den Android immer dann, wenn es irgendwie ein Label braucht, um die aktuelle Position innerhalb der Navigation zu repräsentieren, äh, tatsächlich, äh, verwendet, äh, verwendet, ähm, verwenden wird. Und die geben können wir hier an dieser Stelle spezifizieren. Wenn Sie da was anderes eintragen möchten, können Sie auf eine andere Ressource verwalten, äh, verweisen. Dann müssen wir noch sagen, ähm, auf, äh, der Basis, welches Layout, äh, dieser, äh, dieses Fragment erstellt werden soll. Das ist jetzt eine doppelte Angabe, ähm, weil wir das ja eigentlich auch schon in unserer, ähm, Fragment-Klasse machen. Aber ich würde das hier an dieser Stelle trotzdem nochmal ergänzen. Und damit ich das machen kann, ähm, muss ich mir einen, äh, weiteren, ähm, XML-Bereich, ein weiteres Schema importieren, ähm, damit ich auf bestimmte Attribute zugreifen kann. Und zwar brauche ich das Tools, ähm, oder brauche ich unter dem Namen Tools ein Schema, das ich finde, ähm, unter äh, Schemas.android.com, äh, .com slash Tools. Ganz kurz, ähm, vielleicht ein bisschen XML, ähm, Hintergrund. Diese weiteren Attribute, die man in diesem, ähm, ersten Knotenpunkt hier angibt, also zum Beispiel hier irgendwie so App oder Tools, das sind irgendwelche, ähm, das sind irgendwelche Wertebereiche oder irgendwelche Namensbereiche, die wir importieren. Und, um es ganz kurz zu machen, wir definieren damit, ähm, was wir für Elemente innerhalb dieser XML-Datei und auch was wir für Attribute innerhalb dieser Elemente benutzen können. Wenn wir also zum Beispiel bestimmte, ähm, Layout-Attribute setzen möchten, dann muss in dieser XML-Datei auch der entsprechende Namespace, äh, importiert sein, damit diese XML-Datei dann valide interpretiert werden kann. Also das, ich glaube, wir haben es mal ganz kurz am Anfang, äh, erwähnt, aber das so als Hinweis, wenn, ähm, hier irgendwelche Dinge eingefügt werden, vielleicht sogar automatisch, oder wenn sie irgendwelche Fehlermeldungen bekommen, dass, ähm, vielleicht bestimmte Attribute oder Attributswerte nicht verfügbar sind, dass das fehlerhaft angezeigt wird, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass da irgendwie nicht der richtige Namespace da ist. Sie müssen Android sagen, was sie in dieser XML-Datei alles so verwenden möchten, damit Android dann wiederum, ähm, parsen und prüfen kann, ob diese XML-Datei valide ist und nur wenn die valide ist, äh, dann, ähm, können wir die auch in unserer App nutzen und sonst kompiliert das Ganze gar nicht, äh, weil die Gefahr besteht, dass dann zur Laufzeit vielleicht irgendwie diese XML-Datei nicht richtig interpretiert werden kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir, äh, geben noch an, was für ein Layout dieses Fragment haben soll und sind damit fertig. Und auch hier wieder Copy & Paste. Wir brauchen insgesamt drei Fragments innerhalb unserer Anwendung. Wir brauchen eins für Zeit, eins für Masse und wir ändern jeweils das richtige, ändern das Fragment, das, äh, dort angezeigt werden soll und auch das Label, was zur Repräsentation von diesem Fragment benutzt werden soll. Dann sind wir schon fast fertig, ähm, das Einzige, was wir noch machen ist, wir, ähm, sagen hier an dieser Stelle, ähm, wenn, wenn dieser Navigation-Graph, und der ist relativ simpel, weil der einfach nur drei mögliche Stellen, äh, innerhalb unserer App definiert, ähm, wenn der benutzt werden soll, dann würde Android gerne wissen, mit welchem dieser Fragments es anfangen soll. Also welches dieser Fragments soll, äh, das erste sein, äh, was, ähm, wenn diese Navigation benutzt wird, angezeigt wird. Und das machen wir, indem wir die Start-Destination, äh, angeben. Und, äh, das ist in unserem Fall dann, ähm, ähm, add plus ID, also eine eigene ID, die wir hinzugefügt haben, und zwar Navigation-Length. Ich glaube, das habe ich gerade, ähm, nur so halbrichtig erklärt. Dieses Plus heißt nicht, dass wir, heißt nicht nur, dass wir eine neue ID erstellen, sondern das heißt, dass wir eine eigene ID erstellen, die nicht von Android erstellt worden ist. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so extrem, äh, wichtig. Okay, ähm, wir sind immer noch auf XML-Ebene, und wir haben jetzt, ähm, unser, ähm, Menü definiert, was für Icons sollen irgendwie bereitstehen, um zu navigieren, und wir haben unsere Navigation definiert, welche Stellen sollen in unserer App, äh, erreichbar sein. Und was wir jetzt machen, ist, wir schauen in die, ähm, Layout-Datei für unsere Main-Activity, und wir sagen jetzt dem Fragment, ähm, oder diesem Bereich, in dem die Fragments angezeigt werden sollen, ähm, welcher Navigation-Graph verwendet werden soll, also, welche Möglichkeiten bestehen, äh, in diesem Fragment unterschiedliche Dinge anzuzeigen. Das machen wir, indem wir hier eine weitere Eigenschaft ergänzen, die heißt, äh, Navgraph. Wie geht das? Ähm, habe ich da irgendwas vergessen einzufügen? Lassen Sie mich kurz überlegen. Also, eigentlich müsste das so funktionieren. Ich schreibe es jetzt einfach mal rein und hoffe mal, dass es funktioniert. Ähm, Navigation-Category-Navigation. Okay, es kommt keine Fehlermeldung. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt, ähm, warum das Auto-Completion nicht funktioniert hat. Weil eigentlich müsste sich das über dieses Attribut die richtigen Werte holen, aber wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. Also, es hat funktioniert, ähm, es gibt keine Fehlermeldung und wir sagen, diesem Fragment, ähm, innerhalb, ähm, oder diesem Container innerhalb, ähm, dir, äh, sollen diese, äh, soll dieser Navigations-Graph abgebildet werden, also diese möglichen, äh, Fragments, äh, gibt es, die angezeigt werden und als erstes wird dann der angezeigt, den wir als Start-Destination eingegeben haben. Ähm, und in dem, äh, Bottom-Navigation sagen wir jetzt, dass, ähm, wir gerne, äh, nicht einfach ein leeres Element hätten, sondern wir hätten gerne ein Menü und zwar das Menü, was wir gerade eben auch, ähm, definiert haben und, äh, damit werden jetzt schon mal in der Bottom-Navigation die entsprechenden Icons angezeigt. Wir können das Ganze auch mal starten, dann sehen Sie, wie das dann ausschaut. Äh, sehe noch nichts, ähm, weil wir, genau, weil wir noch in der, äh, Main-Activity, äh, das entsprechend, ähm, initialisieren müssen. Aber wir haben jetzt alles vorbereitet, hoffentlich haben wir alles vorbereitet, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eine ganz wichtige Sache vergessen habe, ähm, die werden wir bestimmt gleich bemerken, wenn wir nicht weiterkommen in der Main-Activity, aber, ähm, ich sehe es tatsächlich jetzt auf Anhieb nicht. Wir haben Navigation definiert, also wir haben gesagt, wo geht es in unserer App hin? Wir haben das Menü definiert, wie schaut das Element aus oder welche Elemente sollen benutzt werden, um diese Navigation zu erlauben? Und jetzt würden wir einfach mal in die Activity einsteigen und probieren, ob das funktioniert. Ähm, ich habe so eine leichte, äh, Vorahnung, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass die Bottom-Navigation jetzt schon angezeigt wird, aber wir probieren das in Ruhe aus und schauen, ähm, uns die Fehler an, wenn wir, äh, an die Fehler gelangen. Ich habe jetzt gesagt, ähm, dass wir diese komplette Navigation nach, äh, Android überlagern, äh, auslagern, deshalb haben wir jetzt diese XML-Ressourcen angelegt, ähm, das haben wir deshalb gemacht, weil wir, ähm, nur so einen Plan vorgeben möchten, wie, ähm, wie diese, ähm, wie diese Anwendung aufgebaut, äh, wie diese Navigation innerhalb der Anwendung aufgebaut ist und wir nicht selber diesen Vorgang, wenn Element X angeklickt wird, dann erzeuge Fragment Y und zeige das in Container Z an, äh, selber machen möchten. Wir müssen ein ganz kleines bisschen Code schreiben, weil wir jetzt noch diese ganzen Elemente, die wir implementiert haben, innerhalb unserer Main-Activity zusammenbringen werden. Aber das ist der einzige Code, den wir schreiben müssen, um, äh, dieses, ähm, um dieses Konzept, dass wir drei Fragments innerhalb unserer Anwendung haben und die, äh, über eine Bottom-Navigation-Bar anzeigen möchten, ähm, dann tatsächlich realisieren möchten. Und das machen wir jetzt mal. Ähm, ich würde das gerne in einer extra, äh, Methode machen, ähm, init-Navigation und die rufe ich auch, damit ich es nicht vergesse, in der onCreate-Methode auf. Und jetzt, ähm, kommt es als erstes zu, ähm, dieser Stelle, äh, mit, äh, diesem Binding oder diesem Data-Binding. Jetzt wird es gleich ein bisschen kompliziert, ähm, oder zumindest ein bisschen, ähm, magisch fast schon, weil jetzt Android ganz, ganz viele Dinge für uns tut. Was wir gleich brauchen werden, äh, äh, ist ein Objekt, äh, das, ähm, alle User-Interface-Elemente, äh, äh, die, Augenblick, äh, äh, dass alle User-Interface-Elemente, äh, äh, die aktuell in dieser Activity angezeigt werden, sind nicht so viele, ist nämlich das, äh, Fragment und, ähm, die, äh, Bottom-Navigation, dass diese Elemente als, äh, Eigenschaften beinhaltet. Warum? Weil wir dieses Objekt mit den Verweisen auf die User-Interface-Elemente, ähm, an die, äh, entsprechenden, ähm, Komponenten, die jetzt für diese Navigation zuständig sind, weitergeben müssen. Und mit dieser Gradle, ähm, Einstellung, die wir vorgenommen haben, mit diesem View-Binding, was wir hier aktiviert haben, hat Android das eigentlich für uns schon gemacht. Ich mach's mal ein bisschen deutlicher, äh, wie könntest du lassen? Ähm, es gibt jetzt schon eine, ähm, eine, eine Klasse, die, ähm, ähm, dieses Binding von den User-Interface-Elementen für diese Main-Activity, ähm, für uns repräsentiert. Also Android legt jetzt schon im Hintergrund, eigentlich erst zur Laufzeit, aber das haben wir dahingestellt, äh, eine solche Klasse an und eher ist es tatsächlich nicht. Also es wird jetzt noch irgendwie magischer. Äh, ich zeig Ihnen mal die Klasse, wie die heißt. Die heißt nämlich Activity Main Binding. Ähm, diese, äh, Klasse, die hat, die existiert deshalb, weil unsere Activity so heißt, wie sie heißt, beziehungsweise weil unsere Layout-Datei hier unten so heißt, wie sie heißt. Ähm, die können wir uns holen. Also wir können uns eine Java-Klasse, beziehungsweise eine Instanz holen, in der alle diese Verweise auf die User-Interface-Elemente drin sind, indem wir auf die Activity Main Binding zugreifen, in einer statischen Methode, äh, äh, das, äh, Inflate benutzen und, äh, dann, äh, hier noch den Layout-Inflater übergeben. Was der letzte Teil, ähm, Magie ist, die uns jetzt gar nicht interessiert, aber Android sorgt schon dafür, dass es für unser ganz bestimmtes Layout, das in dieser, ähm, Activity verwendet wird, ähm, entsprechend, ähm, auch eine, ein direktes, äh, ein Objekt gibt, was diese, ähm, ja, sie haben den Video noch gar nicht eingebunden, genau, ich habe die noch gar nicht eingebunden, also das, das passiert jetzt an dieser Stelle, äh, äh, gar nicht, das passiert jetzt über diese verschiedenen Schritte. Ähm, ich erstelle mir dieses Binding, damit ich, ähm, aus dieser Layout-Datei über dieses Objekt hier, äh, äh, auf die verschiedenen User-Interface-Elemente zugreifen kann, ohne dieses FindViewById, dann, sage ich, ähm, meiner Activity, dass es, äh, genau dieses Binding darstellen soll, also der, es wird nicht mehr die direkte XML-Datei, äh, als ContentView verwendet, sondern wir erstellen uns aus dieser XML-Datei ein Objekt, was das User-Interface, äh, äh, repräsentiert. Dieses Objekt setzen wir als Inhalt von unserer Activity, sodass die angezeigt wird, und jetzt, ähm, bauen wir uns eine, äh, einen Navigation-Controller zusammen, der auf der Basis von diesen Informationen, ähm, dieses Navigieren zwischen den Fragments für uns übernimmt. Das machen wir in zwei Schritten, ähm, wir, ähm, erstellen zuerst eine AppBarConfiguration, das ist, ähm, eine Konfigurationsdatei, wie der Name schon sagt, für, äh, diese AppBar hier oben, und, äh, die füttern wir mit den verschiedenen, ähm, mit den verschiedenen, ähm, Element, beziehungsweise verschiedenen, ähm, Labels von den Fragments, die hier später angezeigt werden sollen. Es wird jetzt ein bisschen kompliziert, ich, ich glaube, es ist an der Stelle fast besser, wenn ich erst mal den Code hinschreibe und den dann erkläre, äh, als wenn ich versuche, ihnen das zu erklären, bevor sie den Code gesehen zu haben. Ich glaube, das ist, äh, keine so gute Idee. Wir brauchen so eine AppBarConfiguration, die erzeugen wir uns, New AppBarConfiguration. Wir übergeben, ähm, wir brauchen nicht die AppBarConfiguration, sondern wir brauchen einen Builder für die AppBarConfiguration. Wir sagen, dass wir r.id Navigation Length, äh, als ersten Pfad, ähm, verwenden möchten. Wenn Sie sich zurückerinnern, das ist, ähm, lassen Sie uns das ganz gut schauen, hier dieses, dieser Eintrag in unserem, ähm, Navigationspfad. Das ist der erste, äh, Eintrag für, ähm, den Weg durch unsere App. Der zweite Eintrag ist, ähm, die Zeit. Müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir das immer in der richtigen Reihenfolge machen, also, dass die Icons im Menü in der richtigen Reihenfolge sind und das jetzt auch, ähm, die entsprechenden Fahrte innerhalb unserer, oder die entsprechenden Schritte innerhalb der Navigation an der richtigen Stelle sind. Dann, ähm, brauchen wir noch, ähm, Navigation Maß und daraus erstellen wir mit dem Aufruf von der Build-Methode, das ist ja wieder das Build-Pattern, äh, die eigentliche, ähm, AppBarConfiguration. Also, wir definieren, was in unserer AppBar mehr oder weniger so angezeigt werden soll. Dann holen wir uns einen NavController, also einen NavigationController, ähm, den wir, ähm, benutzen, um, äh, innerhalb der Anwendung, ähm, zu, äh, navigieren. Und was ist das? Das ist, ähm, äh, jetzt soll ich mich ganz kurz die richtige Datei finden, ähm, das ist der Controller, der dafür, der sich darum kümmert, dass hier in diesem Fragment immer das angezeigt wird, ähm, was die Nutzer und Nutzerinnen aus der Bottom-Navigation, die wir jetzt hoffentlich gleich dann sehen, ausgewählt haben. Also, das ist die eigentliche Komponente, die, ähm, Eingaben aus einem Menü, also in unserem Fall dieser Bottom-Navigation, umwandelt in, ich zeige jetzt das richtige Fragment an. Das erstellen wir uns, ähm, aus der Navigation-Klasse auch wieder, ähm, mit einer, äh, nicht Bilder, aber zumindest, äh, statischen Methode. Wir suchen uns den raus, ähm, die AppBar ConfigurationLine. Also, ich kopiere ihn, ich würde ihn gleich, wenn wir fertig sind, da sind jetzt noch zwei Zeilen, ähm, das einfach schnell in den, in den Chat rein kopieren, weil das ist wirklich ein bisschen zu, äh, schwierig, wahrscheinlich das abzutippen. Es wird jetzt aber gleich, ähm, es wird jetzt mit jeder Zeile ein bisschen weniger kompliziert. Wir suchen uns, ähm, den, äh, passenden Navigation-Controller raus, aus, äh, dem aktuellen Layout-Kontext, in dem wir uns befinden und, ähm, suchen da drin nach der passenden ID. Das ist die ID von diesem Fragment-Container, der in unserer Layout-Datei ist. Dann, ähm, greifen wir auf dieses Navigation-UI, ähm, zu. Das ist diese Komponente von Android, die uns jetzt eigentlich diese ganze, ähm, ähm, überhaupt die Möglichkeit bietet, ähm, mit diesem Navigation-Controller und, äh, den restlichen Komponenten, das, was wir jetzt hier vorhaben, äh, tatsächlich durchzuführen. Das ist Teil von diesem Android-X-Paket. Und wir sagen, ähm, wir, äh, würden jetzt gerne die, ähm, Action-Bar erstmal mit diesem Navigation-Controller verbinden, sodass die Action-Bar immer, ähm, als Inhalt hier oben, als Text, das Label von dem aktuell angezeigten Fragment anzeigt. Das sind jetzt ein paar Parameter, ähm, es geht um diese Activity, also Sys. Wir verwenden den Navigation-Controller, den wir gerade eben angelegt haben und wir verwenden die App-Bar-Configuration, die wir gerade verwendet haben. Was wir machen ist, wir sagen, wenn sich, wenn der Navigation-Controller sich in irgendeiner Art und Weise ändert, also wenn da ein neues Fragment angezeigt wird, dann soll die App-Configuration entsprechend auch den richtigen Eintrag hier anzeigen, also den richtigen Text. Damit sorgen wir dafür, dass hier oben, ähm, je nachdem, welches Fragment wir ausgewählt haben, ein anderer Text angezeigt wird. Und dann, ähm, suchen wir uns noch dieses, äh, diese Bottom-Navigation endlich raus, also diese, diese jetzt nicht sichtbare, ähm, ähm, äh, Bar, äh, unten am Bildschirm mit den drei Icons und die verbinden wir auch mit dem Navigation, äh, Controller. Wir sagen Navigation-UI wieder, äh, Setup with, äh, Nav-Controller. Ähm, wir brauchen zwei Parameter, ich schreibe mal zuerst den ersten, äh, den zweiten rein, weil der ist ein bisschen einfacher, nämlich einfach der Navigation-Controller, ähm, den wir erstellt haben, also auch wieder die Komponente, äh, die sich um dieses ganze Hin- und Her-Navigieren kümmert. Und als zweiten, äh, als ersten Parameter brauchen wir jetzt dieses User-Interface-Element. Und hier kommt jetzt dieses Binding ins Spiel. Ähm, wir können jetzt auf dieses Element hier über dieses Activity-Main-Binding zugreifen. Ruf Binding auf und dann sehen Sie hier ganz viele Methoden, aber auch ganz viele Eigenschaften, denn was Android jetzt gemacht hat, ist, es hat für jedes der Elemente, dass es in dieser Layout-Datei, die wir, ähm, im Rahmen von diesem, ähm, Binding inflated haben, gefunden hat, für jede ID, eine Eigenschaft, ähm, angelegt. Dabei ist diese Underscore-Schreibweise umgeformt worden in, ähm, Pascal-Case oder, ähm, äh, wie sagt man, ähm, oh Gott, Camel-Case, äh, mit, äh, den, äh, mit den Ersetzen des Leerzeichens durch eine, ein Großbuchstaben als nächstes. Und wir können jetzt über diese Eigenschaften von diesem Binding dieser entsprechenden Views repräsentieren. Das heißt, wenn ich auf dieses Element hier zugreifen möchte, mit der ID, Category, Underscore, Navigation, Underscore, View, dann mache ich das, äh, über die Binding-Klasse mit, ähm, Category, Navigation, View. Also ich, diese ID-Schreibweise ist umgewandelt worden, in, äh, die entsprechende, ähm, Camel-Case-Schreibweise. Und ich kopiere Ihnen das jetzt mal in den Chat rein. Ich glaube, ich kopiere Ihnen das in mehreren Etappen in den Chat rein, sonst meckert, ähm, Twitch wieder. Einmal das, dann das, und da noch einmal das. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ich starte jetzt noch mal die App. Und jetzt, äh, sehen wir auch endlich was. Ähm, mit diesen ganzen, ähm, XML-Dateien und mit diesem vielleicht etwas komplizierten Quellcode, aber sehr wenig Quellcode, haben wir jetzt diese komplette Navigation innerhalb unserer Anwendung einfach in die Hände von Android übergeben. Ich kann Ihnen das auch zeigen, ähm, Sie sehen jetzt keine so großen Änderungen am User-Interface, weil im Moment ja jedes dieser Fragments, ähm, noch genau gleich ausschaut und das gleiche macht, weil wir, äh, ja die gleiche, ähm, die gleiche Layout-Datei verwenden mit der Eingabe und diesem Spinner, in dem auch noch keine Inhalte drin sind. Ähm, aber wir haben schon diese Möglichkeit, zwischen denen hin und her äh, zu navigieren. Jedes Mal, wenn ich hier draufklicke, wird jetzt auch explizit eins dieser anderen Fragments, äh, aufgerufen und hier angezeigt. Und darum kümmert sich jetzt komplett Android. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Ich muss mich ohnehin auch um solche Details, wie zum Beispiel, dass jetzt hier dieses Element gehighlighted wird, nicht kümmern. Was ich auch nicht machen müsste, äh, kurz Klammer auf, wenn ich, ähm, diese, äh, Bottom-Navigation selber verwalten würde, weil das einfach so ein eingebautes Feature von diesem User-Interface-Element ist. Aber um was ich mich vor allem nicht mehr kümmern muss, ist, dass ich, ähm, diesen ganzen Transaktionsvorgang bezüglich der Fragments, äh, selber implementieren muss. Ich kann mir jetzt einfach sicher sein, dass wenn die Nutzer und Nutzerinnen, ähm, hier unten was auswählen, in meiner App, der, das richtige Fragment angezeigt wird, ähm, dass, das ist jetzt so eine extra Sache, ich glaube, das hier, ähm, müssten wir gar nicht unbedingt machen, also ich könnte es ja mal ganz kurz zeigen, wenn ich das hier rausnehme, äh, dann wird wahrscheinlich oben immer das Gleiche angezeigt werden, genau. Also dann ändert sich hier oben nicht dieser Hinweis in der, ähm, App-Bar, wo wir uns gerade befinden, ähm, es wird aber trotzdem das entsprechende Fragment angezeigt. Also, es gibt zwei Komponenten, müssen jetzt nicht zu stark irgendwie in, in Android-User-Interface- äh, Theorie einsteigen, aber es gibt zwei Stellen, die was mit der Navigation zu tun haben. Einmal, ähm, der Bereich, in dem der aktuelle Inhalt angezeigt wird, gibt es sogar drei Stellen, ähm, und dann gibt es einmal in der, in dem Element, äh, in dem ich selber bestimmt habe als Nutzer, ähm, wo ich gerade hin möchte, äh, so einen Indikator, wo ich mich gerade befinde, ähm, in dem nämlich das entsprechende Element, was ich ausgewählt habe, gehighlighted habe und es ist gängige Praxis, dass man in dieser App-Bar auch immer versucht, deutlich zu machen, wo befinde ich mich denn gerade in der App. Und das machen wir, ähm, indem wir, ähm, diesen Navigationsvorgang auch noch mit dieser Action-Bar oder mit der App-Bar verbinden und dann immer, wenn sich irgendwas im Navigation-Controller tut, weil wir den, ähm, die Bottom-Navigation, äh, mit dem verbunden haben und dafür gesorgt haben, dass die Fragments ausgetauscht werden, dann auch entsprechend dieser Indikator gesetzt wird, wo befinde ich mich gerade in der App. Okay, ähm, wenn Sie sich das jetzt mal so anschauen, ähm, und jetzt vielleicht mal diesen Teil hier einfach akzeptieren, als was, was es funktioniert, ähm, als etwas, was, was funktioniert, ähm, und Sie jetzt sehen, dass Sie die Möglichkeit haben, ähm, solche Fragments, ähm, anzulegen innerhalb Ihrer Anwendung und, äh, hier, ähm, so eine schöne, ähm, Navigation zu bauen für diese groben Unterbereiche Ihrer Anwendung und, äh, sich eben nicht mehr um die Details, äh, dieses Ersetzens, äh, des passenden Fragments kümmern müssen. Wie denken Sie denn jetzt über Fragments als Mittel, ähm, größere Bereiche Ihrer Anwendung abzubilden und, ähm, diesen Wechsel zwischen diesen Bereichen zu, ähm, zu implementieren? Also, ja, ich habe gerade am Anfang gefragt, wie komplex oder wie kompliziert fanden Sie es irgendwie über Transaktionen, ähm, zwischen den, ähm, Fragments hin und her wechseln? Jetzt habe ich Ihnen eine zweite Möglichkeit gezeigt, in der es vor allem um Konfiguration geht, also wo der Code relativ, ähm, übersichtlich ist, den Sie selber schreiben müssen, wie kompliziert finden Sie es denn jetzt? Also auch wieder auf so einer Skala 1, ähm, ich weiß gar nicht, warum wir die Skala gehabt haben, 1 wäre jetzt irgendwie, ähm, ist einfach und kann ich jetzt super verwenden, um in meiner Anwendung, ähm, auch sowas umzusetzen, zu vier, ähm, oder fünf, äh, finde ich immer noch irgendwie kompliziert. Okay, ja, wenn Sie das irgendwie selber schreiben, dann brauchen Sie da ein paar Mal, ähm, ich habe jetzt in dieser Anwendung eine Sache, also ich habe in der Demo, die ich vorbereitet habe, eine Sache nicht gemacht, aber ich würde vielleicht eine Sache noch gerne erwähnen, ähm, wenn Sie, mal schauen, ob wir irgendwie hier eine App finden, wo das der Fall ist, ähm, ich starte mal ganz kurz, den kann ich nicht machen, ähm, gibt es da irgendeine App, die installiert ist, vielleicht die Kalender-App? Ich suche gerade, äh, nach irgendeinem Beispiel für, äh, auch da nicht, also hier sehen Sie zum Beispiel in dieser Uhr auch nochmal so eine Top-Navigation, ähm, die wahrscheinlich ähnlich gelöst ist. Was ich gerade suche, ist ein Beispiel für diese, ähm, für diesen App-Draw. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ah, genau, hier. Ähm, kennen Sie dieses, äh, dieses User Interface Element, ähm, was, ähm, was auch so eine Navigation, ähm, Navigationselement für Ihre Android, äh, App ist. Sie haben Sie auch so Überbereiche, wenn Sie da draufklicken, dann kommen Sie an irgendwelche Stellen in dieser App. Das wird nach dem gleichen Prinzip, äh, mehr oder weniger implementiert. Diese, diese Idee, dass Sie, äh, Pfade innerhalb Ihrer Anwendung vorgeben, äh, zwischen denen Nutzer und Nutzerin navigieren können, äh, und dann Menüstrukturen vorgeben, äh, mit denen Sie, äh, mit dem, 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 äh, mit In diese Pfade ausgewählt werden können und den Rest dann in die Hände von Android, ähm, übergeben. Äh, das finden Sie noch an verschiedenen anderen Stellen. Das ist, äh, dieses Tolle, äh, an dem Android-Framework, dass es für sehr ähnliche Dinge, ähm, sehr gleiche Lösungen gibt und das ist vor allem für uns, ähm, also viele von Ihnen sind ja Medieninformatiker oder Medieninformatikerinnen oder studieren das, ähm, für uns auch aus so einer Usability-Perspektive ganz wichtig. Weil wenn ich unterschiedliche Dinge oder unterschiedliche Möglichkeiten habe, innerhalb meiner App zu navigieren, also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, ähm, wir haben hier unten diese, ähm, diese Bottom-Navigation, ähm, übergebt man dann Daten zwischen den Fragments, wir können uns gleich nochmal, ähm, gleich einen kurzen Blick auf die, die fertige Lösung, äh, werfen. Ähm, wir, ähm, wir haben hier unten diese Bottom-Navigation und wir hätten ja vielleicht zusätzlich auch noch so einen App-Draw mit irgendwie Möglichkeiten zu navigieren. Oder wir hätten irgendwie, ähm, ähm, noch eine dritte oder eine vierte Möglichkeit, ähm, innerhalb dieser App zwischen Dingen hin und her zu wechseln. Mit dieser Idee, ähm, an einer Stelle über so einen Navigation-Graph, ähm, diesen Weg vorzugeben oder einmal abstrakter zu formulieren, äh, wie innerhalb unserer App, äh, navigiert werden kann, können wir dann an den unterschiedlichen Stellen, ähm, die andere Möglichkeiten bieten, ähm, das Gleiche zu tun, ähm, dann, äh, tatsächlich auch, äh, diese, diese Navigation einheitlich handeln. Und damit schaffen wir dann ein einheitliches Verhalten innerhalb unserer App und das ist was, nachdem wir, ähm, wenn wir irgendwie eine gebrauchstaugliche Anwendung schreiben möchten, auf jeden Fall, ähm, streben sollten. Ähm, ähm, also sie können auch zwischen Fragments Daten übergeben, so ist das ja nicht. Fragments sind auch am Ende nur irgendwelche Klassen und sie können mit allen Möglichkeiten, die sie so haben, ähm, um, ähm, um mit Klassen zu interagieren, auch mit Fragments zu interagieren. Also es gibt ja in der Regel eine Stelle der App, ähm, die, ähm, die ihre Fragments kennt, also in der Activity, die jetzt irgendwie diesen, äh, Navigation-Controller hält, ähm, kriegen sie ja auch schon mit. Ähm, welches, äh, welches Fragment jetzt gerade angezeigt wird, sie könnten sich da irgendwelche Referenzen merken und nichts spricht dagegen, ähm, also zumindest technisch spricht nichts dagegen, ähm, irgendwie jedem Fragment eine Methode zu geben, äh, SetData und dem irgendwelche Inhalte zu übergeben, wenn sie das möchten. Ähm, oder sie benutzen vielleicht solche Sachen wie diese Broadcast oder irgendwelche anderen, ähm, Android-spezifischen Inhalte, um zwischen Komponenten zu kommunizieren. Das ist alles denkbar. Ähm, sie können auch auf die Activity natürlich zugreifen, ähm, wenn sie das möchten aus dem Fragment heraus, ähm, ist die Frage, ob man das unbedingt so möchte, aber das wäre auch eine, ähm, eine denkbare Herangehensweise. Ähm, die Frage, ob sie jetzt irgendwie eine Activity oder ein Fragment nutzen möchten, ähm, die beantworten sie am besten irgendwie, wenn sie, ähm, einen klareren Anwendungsfall haben. Ähm, also manchmal ist das vielleicht technisch bedingt, dass sie Komponenten einsetzen möchten von Android, wie zum Beispiel jetzt dieses, äh, Navigation-Prinzip, wo Fragments sich eben sehr gut eignen dafür, ähm, manchmal wollen sie vielleicht auch ganz explizit Activities haben, ähm, weil sie bestimmte Funktionalitäten einer Activity in diesen unterschiedlichen Bereichen nutzen möchten. Aber das jetzt irgendwie so eindeutig zu beantworten, würde ich mir jetzt nicht zutrauen, ob man jetzt eher Fragments oder Activities denkt. Ich würde mal sagen, tendenziell sind Fragments eine sehr gute Idee, weil die halt eine kleinteiligere, ähm, Einheit schaffen und, ähm, vielleicht nicht so viel Overhead haben wie eine Activity, ähm, den man in vielen Fällen gar nicht braucht. Aber nochmal, ähm, jetzt diese Frage, Fragment oder Activity kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nicht ohne irgendwie Kontext beantworten. Ähm, und auch diesen, diese Frage, wie man jetzt genau die Daten zwischen diesen, ähm, diesen Fragments dann vielleicht austauscht, wenn das notwendig ist, äh, müsste man sich dann wahrscheinlich spezifisch im jeweiligen Anwendungsfall anschauen. Also vielleicht macht es Sinn, irgendwie über die Activity, ähm, so einen, so einen Mediator zu haben, der dann zwischen den Fragments, ähm, kommuniziert. Aber vielleicht macht es noch viel mehr Sinn, sich zu überlegen, ähm, müssen dann da eigentlich irgendwelche Daten ausgetauscht werden? Oder können diese Fragments nicht genauso wie Activities, ähm, möglichst, ähm, möglichst autark sein? Ich kann Ihnen mal, ähm, weil jetzt sind wir auch schon wieder am Ende, ich kann ja mal, ähm, folgendes machen. Ähm, ich würde gerne diesen zweiten logischen Teil mit, mit Ihnen, also den, den eigentlich interessanten Teil, was jetzt die Aufgabenstellung angeht, nämlich das Umrechnen von den Daten, würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mit Ihnen machen. Und ich würde einfach, weil wir jetzt ja eh einen Stream ausgefallen, äh, ausfallen haben lassen, ähm, das einfach am Montag vielleicht wieder machen, Montagabend. Dann machen wir da nochmal ein bisschen was, ähm, bezüglich des Programmierens. Ich würde aber jetzt gerne vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, damit Sie nicht irgendwie auf die falsche Fährte geraten, wenn Sie das selber implementieren möchten, ähm, Ihnen, ähm, kurz zeigen, wie ich jetzt in meiner Implementierung dafür gesorgt habe, dass dieses Austauschen von irgendwelchen Daten oder Informationen zwischen Activity und Fragment, ähm, gar nicht notwendig ist. Also was ich da jetzt, wie ich diesen Datenfluss innerhalb meiner Anwendung, ähm, implementiert habe. Ich mache da jetzt so ganz kurz, ich brauche eine Sekunde, ähm, ich, das ist ganz kurz das, was wir jetzt gemacht haben, ich weiß auch nicht, warum ich Ihnen das nicht zeige. Können Sie ja nur schon mal ein bisschen was, ähm, lernen. Ähm, wir werden uns später nochmal, ähm, so in der letzten oder vorletzten Woche mit Git auseinandersetzen, mit so einem Versionskontrollsystem, weil Sie das für die, ähm, für die Projekte brauchen. Ähm, vielleicht jetzt schon mal eine kurze Frage, wer von Ihnen hat denn schon mal mit Git oder so gearbeitet? Also, wer, wem sagt ein Git als Versionsverwaltungstool was? Schreiben Sie mal ja nein in den Chat rein. Was ich auf jeden Fall gerade mache, ist, ähm, ich sichere kurz das, was wir jetzt in diesem, äh, Livestream, äh, gemacht haben, ähm, damit ich Ihnen das später als ZIP-Datei zum Beispiel bereitstellen kann. State after first stream, ähm, ich weiß nicht, warum ich da ein Ausrufezeichen hingeschrieben habe, aber nachdem ich das gemacht habe, ähm, wechsle ich in, äh, die Fassung, ähm, die, äh, Entschuldigung, die ich vorbereitet habe, so als meinen persönlichen Lösungsvorschlag, das passiert alles mit diesem Versionsverwaltungstool, äh, Git, da kann ich zwischen verschiedenen Versionen meines Codes hin und her wechseln. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt kann ich Ihnen nämlich dann, ähm, kurz zeigen, wie, wie ich das implementiert habe, ähm, so als kleinen Sneak, äh, Preview. Ich habe, ähm, diesem, ich habe alles, was, ähm, mit dem, dem Umrechnen der unterschiedlichen Kategorien an Werten zu tun hat, ähm, in einem, in einer Menge von, äh, Dateien abgebildet, die im Wesentlichen so aufgebaut sind, dass ich, ähm, einmal eine Liste der möglichen Einheiten habe, also ich habe so einen Enum, da stehen alle Einheiten drin, die, ähm, die in meiner App existieren. Die Einheiten sind aufgeteilt, ähm, in, oder anhand von verschiedenen Kategorien, das sind diese Quantity-Kategorien, das ist auch wieder so ein Begriff, den ich irgendwie im Zuge der SI-Recherche, äh, aufgeschnappt habe. Aber es gibt Zeit, Länge und Masse. Und jede dieser Einheiten, die in dem Enum hier aufgelistet, ähm, ist, sind, also das steht für mich als die Einheit an sich, das ist kein Wert. Also das steht jetzt nicht 10 Millimeter, sondern ist das Konzept eines Millimeters, ähm, das ich hier abgebildet habe. Und jedem dieser, äh, jedem dieser Einheiten habe ich einen Wrapper zugeordnet, können wir mal reinschauen, äh, zum Beispiel Millimeter, ähm, der dann einen Wert von diesem Typen abbilden kann. Also hier haben wir so eine Klasse Millimeter, die basiert auf einer gemeinsamen, ähm, Oberklasse SI-Value. Jeder SI-Value hat einen Wert und eine Einheit, also ein Label mehr oder weniger, ist das jetzt Millimeter, ist das und so weiter, und das sind alles Double-Werte. Und was ich mache ist, ähm, wenn mein Fragment gestartet wird, dann hole ich mir alle Informationen rein, die ich brauche, um mit diesen Werten zu arbeiten. Ähm, ich weiß, dass, ähm, ich ein Fragment habe, was für Längen zuständig ist, eins für Massen, ähm, und eins für, ähm, für Zeiten. Und ich, ähm, habe mir eine Klasse geschrieben, die mir zum Beispiel erlaubt, ähm, für eine bestimmte Quantity, also zum Beispiel für Masse, Länge oder Zeit, alle Einheiten zu sammeln, die, ähm, in diesem Kontext relevant sind. Also wenn ich in meinem Fragment gerne mit Zeiten arbeiten möchte, dann rufe ich diese Methode auf, ähm, sage, ich möchte gerne mit Zeiten arbeiten, Quantity.Time. Und dann kriege ich zurück ein Subset aus, ähm, diesen Enum-Werten, und zwar nur noch die, die hier, ähm, mit dieser Quantity.Time gemacht sind. Warum sage ich Ihnen das alles? Weil, ähm, alles, was diese kleinen, ähm, Unterfragments machen ist, die, ähm, werden mit einem, mit einer unterschiedlichen Quantity initialisiert. Mein Base-Fragment hat einen Konstruktor, ganz, ganz wichtig. Fragments sind nur Klassen, Activities sind einfach nur Java-Klassen. Sie können jederzeit auch mal so einen Konstruktor einfügen, wenn Sie, ähm, beim Erstellen von diesen, äh, diesen, diesen Elementen vielleicht, ähm, eine bestimmte spezifische, äh, Initialisierung gerne hätten, außerhalb von diesem Lifecycle. Also neben diesem Fragment und Activity-Lifecycle mit den Methoden, die wir kennen, ähm, gibt's auch immer eine Stelle, wo dieses, wo die Instanz an sich erstellt wird, und das ist natürlich ein Konstruktor. Und meine Fragments werden immer mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Quantity initialisiert und holen sich dann zum Beispiel diese Einheiten, die, ähm, die, ähm, die sie brauchen, um in ihrem Bereich dann entsprechend das User-Interface zu initialisieren. Also ich zeige Ihnen das kurz, ähm, wie das dann in der fertigen Fassung ausschaut. Das heißt, ähm, wenn ich hier in der Länge, äh, in dem Längen-Fragment bin, dann wird dieser Spinner initialisiert, dadurch, dass ich mir in dem Längs-Fragment am Anfang alle Einheiten für diese Quantity-Längs hole. Darüber weise ich, ähm, weil in dem entsprechenden Enum auch hier diese Labels aufgelistet sind, ähm, welche Texte ich hier anzeigen muss und kann damit dann meinen Spinner, ähm, befüllen. Und wenn ich dann was umrechnen muss, dann nehme ich auch einfach die Einheiten, die ich hier habe und verwende dann bestimmte Hilfsmethoden, um diese Umrechnung durchzuführen. Und das zeige ich Ihnen alles jetzt gerade eben, ähm, um zu zeigen, dass bei mir diese Fragments einfach völlig autark sind. Also die, da muss kein Datenverkehr oder sowas, äh, passieren. Wenn ich ein, äh, Time-Fragment erstelle, dann hat das alle Informationen, die es braucht, um, ähm, an der Stelle, äh, Zeiten umzurechnen. Weil ich diese Information, diese spezifische Information, äh, mit was für Einheiten, äh, soll dieses Fragment, ähm, umgehen, ähm, im Konstruktor des Fragments setze. Also ich kann gar nicht anders, als ein Time-Fragment zu erstellen, ähm, ohne, also ich kann das nicht erstellen, ohne dass ich diese Information mitliefere. Und das ist mein Ansatz, ähm, wie ich diese, diese Fragments jetzt in diesem, ähm, in diesem Konzept nutze. Also das nur so am Rande vielleicht als kleiner Hinweis, man, man muss jetzt nicht irgendwie, ähm, wenn ich diese Fragments lade, dann nochmal zusätzlich irgendwie, äh, denen die Informationen geben, mit was sollen die arbeiten. Es gibt ja immer diesen Konstruktor, äh, den hat jedes, äh, jede Java-Klasse und sie haben, egal was sie für Konstrukte verwenden, egal was sie für, ob es ein Fragment ist oder eine Activity, sie haben diese Chance, auch außerhalb von dem, ähm, Lifecycle, natürlich unter Berücksichtigung gewisser Regeln und gewisser Vorsichtsmaßnahmen und vielleicht auch nur dann, wenn man sich wirklich auskennt, was da passiert. Ähm, aber sie haben die Möglichkeiten, auch solche Konzepte wie Fragments oder Activities ganz normal als Java-Klassen zu behandeln und es muss nicht immer dann irgendwie ein Broadcast oder irgendwie ein Intent sein, um diese Informationen zu übergeben. Das kann man auch einfach kodieren, ähm, als spezifisches Verhalten, spezifische Eigenschaft dieser, äh, jetzt in unserem Fall Subklasse von Fragments. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie ja mal einen Blick auf, ähm, die, diese Lösung werfen. Ich kommentiere die später auch nochmal ein bisschen und, ähm, würde aber auf jeden Fall, weil ich auch diese Umrechnung sehr interessant finde, da haben auch einige von Ihnen sehr interessante Lösungen implementiert, äh, dass wir dann gerne einfach am Montagabend nochmal mit Ihnen anschauen und dann, ähm, programmieren wir wieder ein bisschen und holen dann den vergangenen, ausgefallenen Stream auf. Bis dahin, ähm, haben Sie erstmal schöne Zeit, schönes Wochenende und wir sehen uns dann, wenn Sie möchten, nächsten Montag und sonst, äh, am nächsten Freitag wieder zur altbekannten Zeit. Bis dahin, schöne Zeit und auf Wiedersehen. Bis dahin, schöne Zeit und auf Wiedersehen.